Oh, jetzt sehen die Kaulgruppe bei der Armee an. Also, das war's. Danke. Willst du sagen, was sagen? Alles klar, dude. Yeah. Rekrutgruppe, antreten! Shout through the heart and you're to blame. Darling, you give love a bad name. Salutieren Sie! Seine Ass. Richtig! Fünf Liegestütze! Ich geh mal einen Kaffee holen. Machen Sie Zehn daraus. Mörder die! Die Erquälerei! Schau, Mann, das Gefängnis stecken! Boah, Muskelskater vor drei Tage. Man sieht, es gibt noch Kuchen. Machen Sie noch mal Zehn. Dreckschweine. Boah, allerschlimmstens. Tierquälerei. Schlimmer geht's nicht. Scheiße. Was tun Sie? Nichts. Machen Sie noch mal Zehn Löhrenstatt und verdammte Scheiße. Oder nein, Zehn Rumpfbeuge. Diese Tierquälerei. Ich hab auch meine Gefühle. Kruppe, was macht ihr? Rumpfbeuge, wie sie's gesagt haben. Schade Scheiße! Stehen Sie auf, Sie fahler Schatz. Kruppe! Also, sind Sie bereit mit das Gefecht? Sind Sie bereit? Ja, Tja, Tja, Tja! Der Rucksack! Habt! Ah, 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 ah! Ah, durch! Ah, da, auf! Habt noch mal, weiß ich nicht. Wollt ich mir doch den Panzer auflegen, oder wie? Wollt ich Ihnen noch einen Panzer holen? Nein, nein, nur wirklich! War nur wirklich! Schon gut. Geht ja. Also, hier, nach jeder Waffe. Frisch geladen, Baby! Die geht ab. Ja, zwei Euro Magazin. Genau, sehr gut. Wieso ist die weiß? Das weiß ich doch auch nicht. Waffe ist weiß, Ende. Wie ist denn die Kruppe? Was machen Sie da? Gar nicht. Ich dachte nicht, Sie wären da. Ich bin aber immer da. Jetzt gibt es eine Außenmannschaftsübung. Das gibt eine Außenmannschaftsübung. Ist das klar? Kruppe, ich schaue Ihnen zum letzten Mal in die Auge. Haben Sie das verstanden? Ja. Sehr gut. Kruppe, hören Sie mir überhaupt zu? Mhm. Also, Sie marschieren jetzt hier durch dieses Gelände. Und es werden Minen verstecken, wie die verdammte Sau. Klar? Okay. Schauen Sie sich mal die Gegend an. Das ist doch eigentlich schöne Schuhe. Sie marschieren jetzt das Gelände ab. Los! Okay. Oh, diese Hose kratzen. Übermal meine Haaren gepräßt. Geile Maschine. Geile Maschine. Geil Maschine. Schterbe, Kaka-Lock! Bound by wild desire Ja, schöner Brunnen. Scheiße! Sack dich voll um! Oh, schönes Eisenholz! Oh, schönes Blümchen! Scheiße! Oh, schönes Blümchen! Oh, schönes Blümchen! Oh, schade, Blümchen futsch! Warte! Stehen Sie auf! Okay. Was haben Sie getan? Was ist da unten? Maus! Das ist doch nicht die Ernste, oder? Doch! Wegen einer Maus! Sie... Sie... Grateln! Kommen Sie... ...ins Lager! Ja! 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 Oh, die... ...die... 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 ...kannotieren! Wollen Sie mal hören, wie Sie waren? Ja! Dann gehen Sie ins Büro, Sie Trottel! Kommen Sie mit! Okay! Ah! Ist das ein Tür? Pappe! Wie denken Sie, wie Sie waren? Gut! Sicher? Aha! Okay... Congratulations! ... Untertitelung des ZDF, 2020